Schärfe 2, Schärfe 2, Schärfe 3, Baby. Was geht meine Pixling-Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft-Varo mit dem Ben. Hallöchen, Puppich. Hallöchen. Und die Randy-Shots gibt es unter schatz.pxlblf.de. In der Beschreibung verlinkt und Lasten kränkelt ein bisschen. Aber mir geht es schon besser als heute Morgen. Und ich würde sagen, wir joinen in 3-1. Go, 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 go. So. DG. Ja, sollen wir jetzt schon sagen, was wir gefunden haben, Ben? Was wir rausgefunden haben? Ja, hau raus. Na klar, hau raus. Sneakst du gerade oder lagst du mal in Game? Du lagst, du hast Anstriche. Ja, sneakst du gerade in Game? Ja, ich sehe. Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert, dass ich das senkt. Und zwar die Base, die wir letzte Folge gefunden haben. Das ist die Base von Berglay. Wir werden die mal anschreiben. Und vielleicht haben die ja Bock auf einen kleinen Fight. Ich bin mal gespannt. Aber ich denke, die haben sich direkt in der Folge danach verpisst. Okay, hier bei uns in den Öfen liegt 50 Kohle, 10 Kohle. EG. So. Ruhig mal rein. Das ist nicht gewachsen. Oder mach mal ein Amboss-Brudi. Ja. Krieg mal die Widerspieße. Wie viele Eisen hast du? Eben mal ein Inventar gar nichts. Äh, dann haben wir nur voll wenig Eisen. Ach doch, 26. Ich habe 26 Eisen. Ich mache schon mal ein paar Eisenschwerter. Chill, chill. Ich habe 27 zu sehen. So, zack. Zack. Da haben wir den Amboss, liebe Leute. Prost schön. So, da ist der Amboss. Packen wir hier unser Klamot-Table hin. Ich habe nur noch ein Eisen im Inventar, ne? Ah, hier sind noch 53 Eisenbahnen. Okay, dann ist alles gut. So, ich habe mir jetzt mal 6 Eisenschwerter gemacht. So, jetzt geht es ans Enchanten, Leute. Das kaputte Eisenschwert von mir, das tue ich mal wieder zurück in die Kiste. Naja, stimmt. Da braucht man dann mehr Level irgendwie, ne? So. Haltbarkeit. Shit. Mein erstes Eisenschwert ist auf Haltbarkeit. Rückstoß, J-Ray. Super. Und im Single-Player... Schärfe, Osse. Okay. Schärfe, Osse. Okay. Okay. Schärfe Nummer 2. Ich probiere das auch. Schärfe und Haltbarkeit auf die Ehe. Er schmeißt mal nicht diese ganzen... Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn du nämlich zwei Schwerter hast, die beide Mist sind, kannst du die ja zusammenlegen bei Ehe und dann ist das weg. Und das kostet auch nichts. Also da sparen wir so ein bisschen Eisen. Schärfe und Haltbarkeit auf einem, das ist aber kacke, ne? Ne, das wollen wir nicht weg damit. Okay. Also immer die dann zusammenlegen, also da sparen wir ein bisschen Eisen. Okay. Wir haben zwar genug, aber mein Gott. Nimm mir, es ist der Gliederfüßer und Rückstoß. Beste Komponio. Schärfe und Rückstoß. Super. Schärfe. So, und vergänglich. Bann, Alter. Boah, wir haben nämlich schon so... Okay, zweimal Schärfe. Haltbarkeit, ehrlich gesagt. Schärfe, zwei Eisenschwer. GG. So. So, Bann. Und Haltbarkeit. Komm weg. No. Okay, wenn ich jetzt Glück habe, dann habe ich jetzt Schärfe und dann habe ich gleich Schärfe. Bann 1. Alter, wollte ich mich verarschen? So viel Pech hat mir das Ding, wenn man austesten ist. 16. So, das ist mal ein Schärfe 2. Das ist Nimm-Sys der Gliederfüßer, das ist Schärfe. Alter, wenn ich habe... Wir haben richtig Pech, Mann. Zweimal wach. Wieder Nimm-Sys der Gliederfüßer. Schärfe, okay. Schärfe 3 Eisenschwer. Wieder Nimm-Sys der Gliederfüßer. What the fuck? Ne, Schärfe 2. Du musst 2 Schärfe 2. Ich dachte, Schärfe 1 und Schärfe rings reicht. Ja, wahrscheinlich, Justin. Das wird reichen. Ja, ich dachte, 1 plus 2 ist dann 3. Ne, 2 plus 2 ist 3. So funktioniert das. Minecraft Mathematics. Shit. Haltbarkeit wieder. Ich habe 2 Schärfe 2 Schwerter. Aber ich kann es mir nicht leisten. Mir fehlen 3 Level für Schärfe 3. Schärfe und Rückstoß. Wollte ich mich verarschen, Mann? Mir fehlen 3 Level, Digga. Ich muss fangen. Kohle, 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 Kohle. Schärfe, gut. So, Schärfe und Schärfe. Schärfe 2, zweimal. Gefahrungskosten 9. Ich habe genau 9 Level. Okay, Eisenschwer, Schärfe 3, wenn der Boss. Ja, mir fehlt ein bisschen. Ja, dann geht es jetzt ans Level fahren. Okay, nice. So. Soll ich mal bohren? Ah ja, ich muss auch wieder Level fahren, ne? Sisi, klar. Level 7. Boah, wie schnell das geht am Anfang. Bei uns ging das dann halt inzwischen voll langsam, weil wir halt so ein hohes Level schon hatten. Jetzt geht das halt wieder voll schnell. Welche, was für Sachen baust du ab? Ja, alles, was es bringt. Okay. Alle Ores. Ich gehe nochmal, wo war das, wo, äh, die Base von Berkeley, wo kam man da hin? Das weiß ich nicht mehr. War das weiter hinten? Hier ist, äh, Key ist dann schon mal für später. Okay, bau das schon mal. Aber ich kann, ich baue mal auf Kohle. Ja, ich muss erstmal, ich habe nötiger Level, Uli, weil ich habe noch keinen Schärfe. Okay. Warte, ich kann ja jetzt schon mal abhören. Wie viel Level fehlen dir? Äh, zwei. Wie viel hat es gekostet? Acht, ne? Neun. Neun, dann fehlen mir drei, also zweieinhalb. Okay. Na, hier ist noch Kohle. Ja, wo ging es runter? Zu Berkeley Base. Hier ist auch noch Kohle, also wir weiterlaufen. Ja, ich bin da nicht hingelaufen. Du bist hingelaufen. Aber wenn ich jetzt Dias finde, während ich hier XP farme, dann würde ich mir instant, ne, das sage ich jetzt lieber nicht. Ich würde mir instant einen von der Palme wählen. Boah, das sagt gerade so was, als ob das Diamanten werden, aber es war so XP halt. Ja. Die da auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ja, ich finde es nicht mehr, wo es zum Berkeley Base ging nicht, dass die irgendwie uns verarschen. Sollen sie joinen, jetzt haben wir ja gute Schwerte. Oh, wie schnell man im Level steigt jetzt. Weißt du, wie viel Level wir dadurch verloren haben, dass wir zu spät entscheiden können? Ich bin jetzt schon Level 10 fast wieder. Wie schnell das geht, Alter. Er dreht durch. Weißt du, wie viel Level wir verloren haben dadurch, dass wir jetzt zu spät erst die Dias gefunden haben? Das ist halt das Hauptproblem dadurch. Ich habe nicht so viele Eisenspitze hatten eigentlich. Irgendwie so drei Stück im Inventor. Wir haben nochmal sieben Gold, wenn wir heute sagen, weil wir von nächstern können wir ein Gold abholen. Ich habe meine Maus viel zu schnell eingestellt gehört. Ja, wir haben noch. Hast du nicht noch einen Apfel? Äh, nee. Du bist bei dem, bei der Erde hast du dich irgendwo runtergesorten. Bei was? Am Ende des Ganzes ist ja Erde. Ja, kann sein. Wie schnell man Level fahren, das ist unermann. Nein, das ist verständlich. Schärfe 2, Schärfe 2. Schärfe 3, Baby. Ich habe zwölf Feuersteine, Ben. Aber fehl, dann habe ich keine. Ich habe vier. Du hast echt überhaupt keine, du hast die 100 pro weggeschmissen, Liga. Das war semi-Megascheiße, um es mal zu betonen. Dann crafte ich uns mal gerade Pfeile. So, was brauchen wir noch? Ich mache jetzt mal meinen Bogen auf Stärke schon noch. Wie craftest du meine Pfeile? Hast du drei Fäden? Äh, links, rechts, Feder, Mitte, Schlaf, links. 16 Pfeile habe ich. Du bekommst vier Pfeile. Ich gebe dir die Hälfte. Obwohl, nee. Ich gebe dir drei Fäden. Ich gebe dir zwei Drittel oder so. Das sind nämlich nicht der stärkste Bogen schätze. Warte, hier in der Kiste war noch Pfeile, dann nehmen wir dich. Ja, ich habe ich 13. 15. Okay. 7. Okay, ähm. Ähm. Okay, ähm. Hast du drei Fäden? No. Schade, dann können wir uns keinen Stärke zwei Bogen machen. Wir müssen jetzt erstmal, was jetzt noch ist, ist halt im Grunde eigentlich nur Level fahren. Und halt, wenn wir Glück haben, die erst werden. Ja. Weil sonst. Ne. Okay, ich... Problem ist, ich habe jetzt halt keinen Timer laufen lassen. Aber da wäre eh noch eine Folge... Also ich nehme jetzt acht Minuten auf, ich weiß nicht, wie lange. Ja, ich würde mal so schätzen, 40 Sekunden an mir vorher. So, hier grabe ich mich mal lang. Wir haben einfach hier weiter. So, warte. Alter, hier geht's runter und ist ausgeleuchtet. Ist das da, wo du nicht runtergebaut hast? Wo, wo, wo bist du? Ganz hinten rechts. Ja, die Base von denen war auch nicht mehr rechts. Ich komme. Chill, chill, chill. Ich wollte hier einfach nur random Strip malen und habe das gefunden. Ist das der Weg? Hm, kann man mit? Ist das ein Router? Ist Koppel. Hier links muss es zur Base gehen. Ja, 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 komm mit, komm mit. Ja, nee, das... Warum soll man da ziehen gehen? Kostet ihr da so ein bisschen was zu tun. Ist auf jeden Fall cool, die weiß man halt. Hm. Ich nehme mal die Öfen und die Crafting-Vanch von denen mit. Das Heiner-Schild ist immer noch da. Also ich glaube, das haben die nicht gesehen. Die haben sich dann einfach und so verpisst. Ich brauche mir einfach mal ein bisschen zu spielen. Hier ist Lava, Digga. Für Lava-Eimer. Hast du einen Lern-Eimer? Ähm, nee, also ich... Wo brauche ich denn Lava-Eimer? Dafür kann. Ich habe Feuerzeug. Oder weil Lava haut halt mehr rein. So, weil das wieder... Ich nehme ein paar Fackeln. Lava ist halt scheiße zu platzieren, Feuerzeug kannst du stellen. Oh, hier ist noch XP. Die bauen durch mich mit den meisten. Richtig. So, warte, ich komm. Ich nehme die Fackeln mit. So. Du kriegst es genau da, wo du es mich in Verwünschen hast. Wo geht es in der Base? Nach links. Hauptgang links. Das ist unser Hauptgang? Ja. So. Ähm. Ja, also eigentlich theoretisch sind wir jetzt fertig oder nicht? Geht es einfach wieder runter? Das ist genau da, wo die wir stripten haben. Wenn theoretisch... Ja, die haben wir früher acht, der Strip-Man. Naja, ist ja auch unter. Unter da, wo ich jetzt stripte. Dann fange ich jetzt hier an zu stripte. Soll ich Amboss und Zaubertisch in unserer Kiste tun? Ja, zur Sicherheit. Falls wir es nicht recht, sollte es schaffen. Falls die Aufnahme zu tun ist. So, habe ich. Eisenbrat. Ich kann nur... Zack. Zack. So. Ich will auch mal Dias finden. Ich habe noch keine Dias gefunden. Dabei bin ich der, der so voll viel Gestripten hat. Du weißt? Ja. Das gucke ich richtig. Ich habe gleich schon wieder ein Level, also ich könnte gleich hier irgendwas entscheiden. Man kriegt so schnell was. Die Sache ist, wir können jetzt halt außer Rüstung. Rüstung können wir uns halt manchmal. Ja, stimmt. Also warum mache ich mir keinen neuen Eisenbrustpanzer? Weil... Der ist nur minimal angewürgt. Ja. Ja. Ja, die Sache ist halt, Schwert kriegen wir jetzt erstmal nicht. Da brauchen wir zu viele Level. Und... Der Dia-Panzer ist halt zu unrealisiert, weil wir ja keine Dias haben. Und... Dings kriegen wir nicht, Bogen, weil wir keine Fäden erstmal haben. Und für was anderes kannst du es nicht ausgeben. Also... Hast du schon alle Kohle gesnackt? So überall war eigentlich schon, ne? Okay, shit. Es kann doch nicht sein, dass das hier nichts ist, Alter. Alter, wenn wir jetzt nochmal Dias finden würden, das wäre so nice. Das wäre auch verdient, Alter, muss man sagen. So recht, ja. Wir haben jetzt eine Dia-Ader gefunden, ne? Mit sechs Dias, mehr nicht. Wir sind schon irgendwie am Strip-Mine. Das ist voll unruhig. Weitere Strip-Mine auch voll effektiv. Also, klar, man könnte es vielleicht sicher noch besser machen, aber... Hm. Wie viel lang machst du auf? Elf Minuten. Aber ich müsste noch mal eine Rüstung anschauen. Ich kriege zwar gerade keine Level, weil hier absolut nichts ist. Ich bin fast voll. Also fast... Wenn du noch Level hast, für mich, ist das natürlich auch cool, ne? Ich habe gerade noch ein Eis in Erz gefunden. Wenn wir das brennen, dann bekommen wir auch Level. Echt? Ja, ja. Wenn du das aus dem Ofen holst, bekommst du Level. Na, richtig spannend. Jetzt weißt du es. Also alles, was du... Das Lava? Wenn du Ores abbaust, bekommst du Level, wenn du ja direkt hast. Also es gibt ja Ores, die musst du erst schmelzen. Und wenn du die dann aus dem Ofen holst, dann bekommst du Level. Genauso wie wenn du Essen aus dem Ofen holst. Das war... Ich habe echt kein Wasser an, ne? Äh, Zucker rausgewachsen. Ich habe kein Wasser an, ich kann das nicht aufnehmen. Zucker rausgewachsen, Ben. Das ist geil. Jo, cool. Wir haben ja 19 Zucker raus. Soll ich ja was irgendwas machen? Das ist eine Höhle. Ben. Ne, ist keine Höhle. Ähm, ne, lass es mal, aber... Alter, komm schon. Mir fehlt noch ein so kleiner Balken. Wie ist das jetzt so lang? Noch ein Nanometer muss ich jetzt... Ich hoffe, das letzte Eisen gibt mir jetzt den letzten Rest. So, Essen habe ich alles gebraten. Ah, diese dumme Lava. So, Brustpanzer will ich auf jeden Fall noch bezahlen. Ja, okay, ich habe ein Level. Ich hoffe, da bekomme ich jetzt nicht Haltbarkeit drauf oder sowas. Bitte Schutz, Mann, bitte. Schutz 1, okay, nice. Ähm. Gut, also ich bin zufrieden. Ich habe diese Folge Stärke 1 gewonnen. Schärfe 1... Schärfe 3 Eisenschwert. Und Schutz 1, Eisenbootkanzer. Noch ein. Lava. Ich muss gerade die Lava ohne Wasser retten. Das ist natürlich Öl, sieh, die Option. Haben eigentlich Feuerzeug entschangen? Wie geht das jetzt? Ich mach das einfach so zu. Halt mich mal auf den Laufenden, wenn du aufnimmst, damit ich... 14 Minuten 12. Okay, dann noch ich zurück. Komm lieber mal zurück. Boah, ich habe so viel gestript, Mann, wieder. Was ist das, was ich gefunden habe? Next. Ist das der Hauptgang oder ist noch Eisen? Komm bitte echt zurück hier drin. Ja, bin fast da. Okay, ich sehe dich raus. Hast du Level? Hast du Level? Nein. Du hast alles abgebaut, ich würde mich entscheiden. Ne, lass jetzt aber, ist sonst zu knapp. Ne, ne, mach doch. Wie viel Level hast du denn? Ist okay. Schutz. Nein. Das war es, hat keiner da drin. Wie bitte einer. Dann noch hier wieder rein. Zack. So. Wieso hast du den ganzen Stein da rein, Digga? Was soll ich damit? Ja, mit dem Wegschmeißen. Nein, den Stein kann man auch immer mal gebrauchen. So, wir sind auf jeden Fall ganz okay. Das ist alles gut. Wir werden gleich gekickt. So. Das ist ein Essen hast du, ne? Ja, ich habe 11 gebratenes Schweinefleisch. Aber wir sind jetzt ganz gut kampfbereit. Halt nicht optimal, aber passt schon. Ja, da sind Leute. Für unsere Verhältnisse auf jeden Fall ordentlich. Richtig. So. Dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen. Wir haben mal wieder... Wir waren echt produktiv, muss ich sagen, diese Folge. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und schaut am Ende vorbei. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Tschö.